Moin moin, willkommen bei DT. So, das ist mein erstes Vlog, oder Vlog, keine Ahnung, Vlog hört sich ja an, so, wenn man mir einen Vlog ins Herz stechen würde, ich denke mal, das heißt Vlog. So, ich werde mich jetzt auf den Weg begeben und werde dann einfach da mal zu Comic-Con fahren und werde euch die paar, die ersten Eindrücke zeigen, wo meine ersten Comic-Con Cosplays, Figuren gibt es da wirklich schon zu kaufen. Wo ich mich drauf freue, als DVD-Sammler oder Blu-Ray-Sammler, ist natürlich die ganzen DVDs, Blu-Rays, mal schauen, vielleicht stoppe ich ja was schnäppchenmäßig ab, glaube ich eher nicht. Funkos werde ich mir kaufen, demnächst wieder vorstellen und nach dem Video gibt es natürlich erstmal schön ein Fazit, dann lege ich mal los. Musik 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 » « » Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020